Entschuldigung, hallo, darf ich dich was fragen, weißt du, wo der nächste Paddy hier ist? Keine Ahnung, sorry, ich bin nicht von hier. Kommst du nicht aus Hamburg oder? Nee. Und was machst du hier in Hamburg, wenn ich fahre? Nee, ich studiere nicht. Du studierst? Mensch, du gefällst mir, also du siehst echt gut aus. Hättest du nicht Lust, mit mir einen Rotwein zu trinken, dich mit mir zu treffen? Oh, nee, du, sorry, aber nee, lass mal. So, wie, lass mal. Nee, ich glaub auch nicht, dass du dir das leisten kannst. Das täuscht dich mal nicht. Hey, bleib mal stehen, warte mal. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher. Bist du dir ganz sicher? Mädel, da täuscht du dich. Kann das sein, dass du nur nach dem Äußeren gehst? Kann das wirklich sein? So, nun guck mal. Ne? Ne? Ne, Madame? So nicht. Da guckst du, ne? Scheiße, ne? Du, wir können auch trotzdem was trinken gehen. Also, ich hab jetzt noch Zeit. Ach, auf einmal. Auf einmal. Hast du Zeit? Ja. Ne? Wolltest du nicht, ne? Du gehst ja nur nach dem Aussehen. Kann das sein? Ja. Ne, Madame. Petal-Türger hierher! Tja! 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 Zw1. Tja! Untertitelung. BR 2018